In diesem Video zeige ich dir 5 Hidden Champions, 5 Aktien, 5 Unternehmen, hoch profitabel, aber wenig bis kaum bekannt. Und viele fragen mich, Flo, wie kommst du eigentlich immer auf diese ganzen Unternehmen? Und das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt im Wesentlichen nur 3 wichtige Fragen, die es an der Börse zu beantworten gibt. Erstens, welche Aktie soll ich kaufen? Wann soll ich sie kaufen? Wann soll ich sie verkaufen? Und die Nummer 1 kannst du dir selbst beantworten. Geh einfach durch deine Wohnung durch, geh durch dein tägliches Leben auf dem Weg zur Arbeit. Was begegnet dir immer und immer wieder? Wo bist du vielleicht schon Kunde seit Jahren, Jahrzehnten womöglich, hast aber keine Aktien? Versuch doch mal das Spiel herumzudrehen und ich gebe dir mal ein paar Ideen, unter Umständen hast du ein paar dieser Unternehmen selbst schon genutzt, nutzt sie selbst schon. Ich bin auf die Nummer 4 sehr gespannt. Ich nutze dieses Produkt sehr häufig tatsächlich. Habe aber nicht gewusst, dass es ein Aktienunternehmen ist. Ich zeige dir das alles jetzt gleich. Nimm dich mit auf den Bildschirm. Let's go! Das erste Unternehmen, das ich dir vorstellen möchte, ist das Unternehmen Graco. Graco kommt aus den USA und ist ein Hersteller von Druckspritzpistolen und vor allen Dingen nicht nur die Pistolen, sondern das komplette System, das dahinter steckt. Also du bekommst neben den Pistolen diese ganzen Schlauchsysteme und diese Apparate, um die Flüssigkeiten dann dementsprechend zu transportieren. Und das wird eingesetzt in industriellen Zwecken, für industrielle Zwecke nicht nur, sondern es wird auch verwendet in den Laboren. Ja, also du siehst, es ist also ein Gewinner der Corona-Krise und auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens. Das Unternehmen Graco ist ein Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus den USA. Und wir hatten jetzt zuletzt ein Verkaufssignal. Ich gehe hier mal ganz kurz ein bisschen ran für euch. Und zwar, das mache ich für euch in Rot. Am 22. Oktober war ein Verkaufssignal, das dann auch kurzfristig abgearbeitet wurde. Und du siehst, dass bei diesen Hidden Champions diese Verkaufssignale oftmals relativ kurzfristig auch nur wirksam sind. Ja, langfristig ist es definitiv ein Unternehmen, dass es ein Blick wert ist. Und das siehst du auch, der Chart ist mehr oder weniger an einem, ja, wie an einer Schnur gezogen von links unten nach oben rechts. Wer beispielsweise im Jahr 2010, also vor 10 Jahren, bei 10 oder 11 Dollar eingestiegen ist, der konnte sein Investment inzwischen versechsfachen. Zuletzt gab es auch Quartalszahlen, die outperformed wurden. Ja, also es wurden 42 US-Dollar-Cent erwartet. Daraus wurden, also daraus wurden dann 66 Dollar-Cent. Das Unternehmen schüttet auch eine Quartalsdividende aus, aktuell von 17 Cent. Und, ja, dieses Unternehmen, Achtung, hier sogar eine kleine Dividendenerhöhung im Oktober 2019. Bedeutet also, neben der tollen Wertentwicklung konntest du auch von steigenden Dividenden profitieren. Und deswegen ist das Unternehmen Graco mit Sicherheit ein Blick wert, denn es ist kein Amazon, es ist kein Paypal, es ist kein Unternehmen, das jetzt jeder schon auf dem Schirm hat, sondern es ist ein Unternehmen, das aktuell wahrscheinlich weniger auf dem Schirm haben, was aber nicht immer so sein muss, ja. Genauso wenig wie das nächste Unternehmen, Unternehmen Nummer 2, das ist Trax Company. Und was macht Trax? Trax ist Hersteller von nachhaltigen Hölzern, von nachhaltigen Baumaterialien, die im Heimbereich, nicht nur im Heimbereich, aber viel im Heimbereich verwendet werden. Und wir hatten zuletzt unsere Terrasse auch neu gestaltet, neu bekommen und wir hatten da auch ein ähnliches Material verwendet, wie es hier in diesem Bild ersichtlich ist. Es ist eine Mischung aus Holz und Kunststoff, also die pressen oder mischen das irgendwie zusammen, frag mich nicht, wie das funktioniert. Trax.com, ich weiß, dass sowas aber in Deutschland auf jeden Fall auch erhältlich ist, machen wunderschöne Dinge. Und ich frage dich jetzt ganz einfach, was soll an diesem Geschäftsmodell groß sich verändern, verstehst du? Also das ist ein Unternehmen, das kann man sich kaufen und das wirst du auch in 10 oder 20 Jahren noch brauchen. Also wir werden weiterhin unsere Outdoor-Bereiche möblieren wollen oder toll gestalten wollen. Das ist ein tolles Unternehmen und das siehst du auch an der bisherigen Entwicklung. Wir hatten jetzt aktuell einen großen Abriss, als die Earnings hier bekannt gegeben wurden. Allerdings, wer den Systemen der Investorenausbildung Vertrauen schenkt, weiß, dass wir ein Verkaufssignal hatten und zwar am 15. Oktober. Seitdem haben wir die Aktie verkauft, das Verkaufssignal wurde auch immer noch nicht zu 100% abgearbeitet, also jetzt bitte noch nicht einsteigen. Aber wer hier langfristig dabei bleibt bei diesem Unternehmen, der kann sich da schon auf tolle Renditen einstellen. Wenn wer beispielsweise im September gekauft hat, da war das, schaut mal her, das ist Wahnsinn, da war das Unternehmen bei 2,50 Dollar gestanden. Also das ist ja eine Verzehn, Verzwanzig, eine Verdreißigfachung. Also ein tolles Unternehmen, immer noch sehr, sehr unbekannt hier im deutschsprachigen Raum, so wie ich das zumindest wahrnehme, aber mit extrem tollen Margen. Also die verdienen viel Geld, Umsätze sind stetig steigend, deswegen ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Anders wiederum ist es bei unserem Unternehmen Nummer 3, das ist das Unternehmen National Beverage. Und dieses Unternehmen habe ich hier auf dem YouTube-Kanal bereits vor Monaten vorgestellt. Und damals hatte ich es vorgestellt, als das Unternehmen unter einer großen Krise gelitten hat. Das Unternehmen hatte nämlich einen echten Lebensmittelskandal hinter sich gebracht. Achtung, hier siehst du es auch. Es geht nämlich, also was macht National Beverage? National Beverage ist ein Hersteller von Getränken. Und damals ging es um dieses Getränk hier, du siehst es, diese gelbe Dosis, La Croix oder La Crocs. Frag mich nicht, wie es ausgesprochen wird. Da wurden Vorwürfe laut und die sind auch durch die Wall Street gegangen, dass eben einige Pestizide mitverarbeitet wurden oder zumindest ins Getränk gelangt sind. Und daraufhin gab es große Probleme. Das Unternehmen National Beverage ist ein Familienunternehmen, wird von einem älteren Mann, ja, der Besitzer ist zumindest sehr, sehr alt. Und aktuell haben wir hier ein Verkaufssignal, das immer noch am Abbauen ist. Das bedeutet also aktuell noch nicht einsteigen, kann aber durchaus sein, dass wir hier demnächst irgendwo eine Bodenbildung sehen. Hier bitte noch auf der Seitenlinie abwarten. National Beverage ist aber, wer hier nochmal ganz kurz sehen möchte, seit der Corona-Krise sehr, sehr gut davon gekommen. Also wer hier beispielsweise im April 2020, wir haben früher schon gekauft, Entschuldigung, ich habe hier was Falsches gesagt. Unser Kaufsignal war am 18. Februar tatsächlich. 18. Februar 2020 sind wir aber im Kurs von 43 Dollar eingestiegen. Hier hatten wir jetzt zuletzt ein Verkaufssignal. Kann gut sein, dass es hier die Reise noch weiter geht. Auch sind als nächstes am 3. Dezember die Quartalszahlen, die geliefert werden. Denn ich würde hier empfehlen, kurzfristig nochmal auf der Seitenlinie sitzen oder stehen zu bleiben. Und langfristig ist das dennoch ein super Unternehmen. Und damit darf ich euch das Unternehmen Nummer 4 vorstellen. Bin schon ganz heiß drauf, denn dieses Unternehmen begleitet mich schon ewig. Also ich schaue gerne Fernsehen, also im Sinne von Netflix oder solchen Sachen. Und da gibt es das Unternehmen Dolby Laboratories. Was macht Dolby? Dolby macht diesen Dolby Surround Sound. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dies jeder von euch kennt. Wow, schaut mal hin, coole Homepage. Gefällt mir richtig gut. Dolby macht also nicht nur die Boxen im Kino. Du kannst es auch für deine Heimkinoanlage nutzen. Und ich sehe hier gerade, dass du es auch für Gaming nutzen kannst. Also Dolby Surround ist nicht nur bei Mediamarkt zu kaufen, sondern ist vor allen Dingen auch an der Börse zu kaufen. Und hat hier einen wahnsinnigen Run hinter sich gebracht. Wir hatten zuletzt unser Kaufsignal in der Corona-Krise am 25. März. Bei 52 Dollar sind wir eingestiegen. Und ich muss ganz klar sagen, heute sind wir deutlich überkauft. Also die Aktie ist heute zu teuer. Als nächstes werden die Earnings kommen, nämlich übermorgen am 12. November. Ich empfehle hier kurzfristig auf der Seitenlinie zu bleiben. Aber das Unternehmen, ich glaube, das ist ein klarer Corona-Gewinner, Profiteur. Und auch die E-Gaming, CNE-Gaming-Branche wird langfristig durch die Decke gehen. Deswegen definitiv ein Blick wert. Dolby Surround oder Dolby Laboratories, das dahinter steckt, bitte auf die Watchlist legen. Jetzt nicht einsteigen, ist noch zu teuer. Und last but not least, darf ich euch das Unternehmen Dormant oder Dormant Products vorstellen. Was macht Dormant? Dormant ist ein Händler von Autoersatzteilen. Nicht nur Autos, sondern vor allen Dingen auch LKW-Ersatzteilen, Autoersatzteilen, alles Mögliche. Also hat hier auch einen Online-Shop, den du nutzen kannst. Oder wo du dann auch dementsprechend vor Ort die Teile dann kaufen kannst. Und unsere Kaufsignale, laut den Inhalten der Investoren-Ausbildung, die sind am 8. April getriggert worden. Also ein Kaufsignal bei 54 US-Dollar. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, wir hatten jetzt zuletzt hier ein Verkaufsignal und zwar am 9. Oktober. Bedeutet jetzt aktuell noch auf der Seitenlinie bleiben. Wir sind da aktuell eher im Niemandsland unterwegs. Die Earnings wurden outperformed, also es ist eine sehr gute Leistung gewesen. Und von dem her bitte noch auf der Seitenlinie bleiben. Wenn du wissen möchtest, wie die Systeme funktionieren, wie du tolle Aktien findest, wie du herausfindest, wann du sie kaufen sollst und wann du sie mit Gewinn wieder verkaufen sollst, melde dich für ein kostenloses Strategiegespräch. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.